Erinnert ihr euch noch an die Fall Guys Zeit, wo alle gehackt haben, alle rumgeflogen sind und du irgendwie gestorben bist durch Spieler X2Z4? Und genau da habe ich aufgehört mit dem Spielen! Das mit dem Stolz ist mir neu! Aber jetzt gibt es ein neues Spiel und das nennt sich Dummy- Ist das der Anfangsskin oder kriege ich meinen Charakter vielleicht auch in Schwarz? Oh nein, so kann ich meine erste Runde Stummy Guys auf gar keinen Fall machen! Auf jeden Fall ist jetzt dieses Spiel rausgekommen Und das ist so unglaublich erfolgreich, weil es auch für Handyspiel war, soweit ich weiß Und hier sollten wir jetzt einen kostenlosen Skin- Das ist ja voll Glücksspiel! Oh mein... Natürlich bekomme ich kein Skin Okay, wir schmeißen uns einfach mal in eine Runde rein! Ihr wisst, man sollte nicht zu früh urteilen! Und die erste Map ist... Jungle Roll! Uh, das sieht richtig nice aus! Kann ich die Namensplaketten der Spieler irgendwie ausschalten? Weil die sind am nerven! Oh mein Gott! Ich muss die Steuerung erstmal rauskriegen! Gibt es eine Chance einen Hechtsprung zu machen? Ja, ich muss einfach zwei mal Space drücken! Okay, wir sollten relativ easy hier durchkommen! Let's go! Das ist meine allererste Runde! Okay, das wird knapp! Alles ist gut soweit! Boom! Nice! Und ich glaube, wir sind sogar Erster! Alter, wie krass wäre es, die erste Runde als Erster abzuschließen! Das wäre der Wahnsinn! Oh mein Gott! Komm schon! Das sieht gut aus! Wollang soll ich... Nein! Nein! Ich... Ich hab verkackt! Oh mein Gott! Ich hab so verkackt! Ich hätte Erster werden können, bin es aber nicht geworden! Immerhin hab ich mich qualifiziert! Oh, und ich glaube, der Vorteil des Spiels ist, dass die Runden relativ schnell sind! Weil jetzt in der ersten Runde qualifizieren sich ja gerade mal 16 Leute! Alter, der hat nen geilen Skin und kommt nicht weiter! HA! Du Geldverschwender! 16 verbleibend! Okay, es macht eigentlich extrem viel Spaß! Und vor allen Dingen, kommt es mir nur so vor oder sind die Ladezeiten nicht so lang wie bei Fall Guys? Als ne... Oh, das sieht schwer aus! Ich weiß nicht, was wir hier tun müssen! Eliminiert! Wir müssen anscheinend einfach überleben! Oh, okay! Das ist unsere Mission! Wir können da einfach durchbringen?! Oh, wahrscheinlich durch die brökeligen Steine! Darauf muss ich aufpassen! Was sollen wir hier machen? Über die gelben rüber! Oh, das war richtig gut! Und nicht mal extra, um ehrlich zu sein! Aber es hat funktioniert! Perfekt! Es sind schon zwei eliminiert worden! Das sieht gut aus! Ich möchte nicht verkacken! Drei sind schon tot! Der eine Löwe ist einfach... Der ist da drauf gefahren! Vier sind raus! Oh nein! Oh mein Gott! Das war gut aus! Was sollen wir hier tun? Ich weiß es nicht! Ich hab Angst! Ohhhh! Wir haben uns wieder qualifiziert! Es sind nur noch Fünfer bleibend! Heißt das jetzt kommen wir schon ins Finale? Oh mein Gott! Stell dir mal vor, wir gewinnen unsere erste Runde von Stumble Guys! Oder wie das heißt! Oh mein Gott! Wir sind gut! Wir sind gut! Honeydrop! Okay, das Finale kennen wir ja! Das habe ich schon in Fall Guys extrem gehasst! Wir probieren möglichst lange auf der oberen Schicht zu bleiben! Oh warte mal! Hier sind zwei übereinander? Okay! So funktioniert das! Hier können wir ein bisschen länger stehen bleiben! Obwohl ich glaube es ist schlauer erstmal einmal durchzufallen! In die zweite Schicht! Und hier schnappen wir uns die Seite! Weil viele werden durch diese Schicht einfach durchfallen! Komm schon! Let's go! Können wir hier drauf? Oh! Oh nein! Oh! Das war knapp! Aber es hat funktioniert! Einer ist schon illuminiert! Das heißt es leben nur noch drei Leute! Oh mein Gott! Das sieht gut aus! Und vor allen Dingen! Wir sind relativ weit oben! Komm schon! Oh nein! Du nervst mich! Wieso ist einer auf meiner Schicht genau? Ich muss eben den Weg abschneiden! Das ist nicht gut! Okay! Ich hoffe es hat funktioniert! Ich habe sie ein bisschen schwerer gemacht! Ich lass mich jetzt hier runterfallen! In die nächste Schicht! Alles cool! Es sind nur noch zwei Leute am Leben! Ich und er! Und danach haben wir es geschafft! Komm schon! Oh mein Gott! Sei cool Snailie! Du bekommst das hin! Ich vertraue dir einfach mal! Aber der andere ist auch noch so weit oben! Oh mein Gott! Wir müssen ihn austricksen irgendwie! Was? Was? Wir haben die erste Runde Stumblegeist die wir jemals gespielt haben gewonnen? Oh mein Gott! Bin ich krass oder komme ich mir nur krass vor? Holen! Okay! Jetzt haben wir eine Krone! Was bringt das? Können wir uns davon irgendwas kaufen? Starterpaket! Vier Euro! Wir können uns nichts von den Kronen holen und der Shop ist relativ klein! Wisst ihr was? Wir holen uns das Starterpaket! Jetzt wo ich gewonnen habe! Dafür Leute! Lasst doch wenigstens mal ein Like und ein Abo da! Falls ihr Lust habt auf mehr Stumblegeist! Es gibt ja noch viele Spiele die wir nicht gespielt haben! Okay! Und was kann ich jetzt hier mit holen? Ich habe jetzt 1400 Gems! Ich könnte mir hier direkt einen Skin holen! Aber man kann sich auch diese Spins holen! Ich glaube man kann sich das hier holen! Oh warte man! Man holt sich die Spins hier direkt! Es ist gar nicht der Skin den man kauft! Das sind die Spins! Und wir können uns 10 Spins holen! Und das tun wir jetzt einfach mal! Das ist voll Glücksspiel! Und ich kann das nicht supporten! Aber ich würde gerne einen coolen Skin haben! Wir haben einen Ritter! Einen Magier! Die gefallen wir bisher alle nicht so! Komm schon! Gib mir was cool! Ein Elf! Bra! Gibt es vielleicht mal einen coolen Skin für mich? Komm schon! Der sieht nice aus! Den nehme ich! Aber vielleicht kriege ich auch noch einen legendären! Komm schon! Bitte einen legendären! Ein Pinguin! Grizzly! Okay! Der... Uh! Der Panda ist auch cool! Okay! Das ist meine Ausbeute bisher! Sind ein paar Kohle dabei! Hauptsache ich muss nicht mehr den Charakter spielen! Personalisieren! Ich nehme den hier! Den finde ich am coolsten! Mit seiner kleinen Lasergun! Und auf geht's in die zweite Runde! Mal sehen ob wir die auch gewinnen! Hahaha! Ich bin sehr optim... Mistisch! Okay! Die Map kommt mir ziemlich bekannt vor von Fall Guys! Es ist Eis auf dem Boden! Heißt es ist rutschig? Oh ja! Es ist rutschig! Und das macht das ganze schwer! Aber alles cool soweit! Wir weichen einfach aus! Oh mein Gott! Wir sind gerade erst da! Alles cool! Alles cool! Wir kriegen das hin! Oh! Nicht da rein! Perfekt! Wir sind ausgewichene! Komm schon! Alles cool! Wir laufen einfach durch! Und ich glaube... Genau! Das habe ich in dem Video gesehen! Man kann einfach sliden! Und das war es eigentlich schon! Bruh! Leute! Wo seid ihr alle? Hahaha! Kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit abräume! Das ist ja fast schon zu einfach! Und ich bin immer noch der Einzige, der sich qualifiziert hat! Oh! Der eine! Hello darkness my awesome! Okay! Easy! Wo stehen wir? Wir stehen hier hinten in der Ecke! Neben dem anderen Alien! Kommt jetzt als nächstes wieder so eine Runde, wo man... Okay! Superslide! Erreiche die Ziellinie! Das sieht cool aus! Das sieht verdammt cool aus! Wie mache ich diese Namensplaketten aus? Okay, ich bin... Oh nein! Das war ganz übel! Es sind zu viele Leute da! Und das ist nervig! Alles cool? Wir sind durchgekommen? Perfekt! Es qualifizieren sich nur 8 Leute! Das heißt, wenn wir groß choken, sind wir eigentlich raus! Und vor mir sind alleine schon 4! Wie ich sehen kann! Was müssen wir jetzt hier tun? Einfach gegenlenken! Oh mein Gott! Da ist einer fast in mir gespawnt! Wir können hier rüberjumpen! Alles cool! Hier ist so ein Wirbelsturm! Das kriegen wir hin! Perfekt! Let's go! Acht Leute qualifizieren sich nicht rausfallen! Snyli! Alles ist cool soweit! Oh nein! Das sieht schon schwer aus, ehrlich gesagt! Let's go! Das ist cool! Das ist cool! Das ist cool! Alles cool! Alles cool soweit! Oh mein Gott! Wir haben uns qualifiziert! Schon wieder! Diesmal zwar als Vierter, aber wir haben es hinbekommen! Es ist gar nicht so schwer! Stell dir vor, wir gewinnen diese Runde schon wieder! Wie nice wäre das denn? Okay! Du mein Volt hast ein paar Probleme! Ich seh schon! Aber! Oh mein Gott! Es tut mir so leid, brah! Es tut mir so leid! Du hast es eigentlich verdient zu gewinnen, aber es hat anscheinend nicht gereicht! Als nächstes! Lasertagger! Vermeide Laser! Okay! Ist das das Finale? Oh mein Gott! Das ist das Finale! Wir sollen die Laser vermeiden! Oh nein! Das sieht schwer aus! Der erste ist schon tot! Wieso auch immer! Beim allerersten Laser! Das war ganz übel! Da kommen die nächsten Laser! Jumpy! Jump! Kommt schon Leute! Geht drauf! Kann ich Leute hier eigentlich auch festhalten wie bei Fall Guys? Oh mein Gott! Da kommt doch einer von der Seite! Was? Die kommen komplett durcheinander hier lang? Let's go! Am besten ich slide auch gar... Es sind nur noch drei Leute! Ich muss aufpassen! Weil die können ja wie gesagt von allen Seiten kommen! Und genau das tun sie auch gerade! Oh mein Gott! Er ist der Letzte mit mir! Komm schon Slyly! Wir kriegen das hin! Let's go! Hier rüber! Da rein! Oh mein Gott! Das war knapp! Das war extrem knapp! Der ist gut! Der Typ! Der ist gut! Der ist gut! Und das regt mich auf! Oh! Nein! 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 Wir haben verkackt! Das war so knapp! Wir hatten gerinnen können! Nächstes Mal kriege ich dich Mohamed242! Das ist unfair! Der Typ hat sogar schon einen Namen! Ich habe nur irgendeinen Username! Das heißt ich bin ein Anfänger in dem Spiel! Egal! Wir spielen noch eine Runde! Ich möchte es euch allen zeigen! Wir kriegen das hin! In der ersten Runde waren wir Erster! In der zweiten Runde waren wir Zweiter! Bisher sieht es extrem gut für uns aus! Und ich kann immer noch nach ein paar Skins würfeln! Vielleicht kriegen wir ja einen legendären! Gibt es in dem Spiel irgendwie so einen super seltenen? Das wäre nice! Okay! Leute! Bitte glaubt an mich! Drückt mir die Daumen! Oh verdammt! Oh! Irgendjemand von euch hat nicht die Daumen gedrückt! Irgendjemand! Kann ich auch einfach durch die Mitte? Es hätte so einfach sein können! Stattdessen nehme ich den schweren Weg! Let's go! Ah! Das regt mich grad auf, dass wir bei diesem Laser-Tagger-Spiel verloren haben! Aber der andere war auch echt gut! Das muss ich ihnen lassen! Wir hätten nur besser sein müssen! So! Tadapau! Und easy! Wir sind Zweiter im Ziel! Und ich kann irgendwelche Memes machen! Bin ich jetzt als Zweiter oder als Dritter ins Ziel gekommen? Du bist immer noch ganz am Anfang! Es tut mir leid, aber... An deiner Stelle würde ich einfach stehen bleiben! Weil das war's eigentlich! Ein Freund, du bist beim zweiten Hindernis! Oh Gott! Ich frage mich, spielen hier Handyspieler und PC-Spieler eigentlich zusammen? Weil der Typ spielt definitiv nicht auf PC! Okay, Runde beendet! 14 verbl... 14? Sind das nicht eigentlich 16? Okay, immerhin! Als nächstes wieder dieses Spiel! Ich mag das nicht! Ich weiß nicht, wie man durch die Steine durchbricht! Vielleicht mit so einem Hechtsprung? Wir können ja nicht schlagen oder so! Eigentlich können wir fast... Entschuldigung, ich kann mich nicht bewegen! Jetzt kann ich mich erst bewegen? Okay, das war weird! Aber alles cool! Wir müssen mal probieren, durch so einen Stein durchzubrechen an sich! Let's go! Oh, das hat weh getan! Let's go! Der wird eliminiert! Das war's für dich, Bruh! Sorry! Okay, hier können wir einfach durchlaufen! Wie mache ich denn diese Spielernamen aus? Die nerven mich! Das muss doch irgendwie funktionieren! Okay! Äh, das ist ein schweres Level! Kann ich nicht einfach... Oh nein! Oh nein! Oh, das war knapp! Aber wir haben's hinbekommen! Und so einfach macht man das! Man kann einfach mit nem Hechtsprung durch die Steine durchkommen! Es sind nur noch 8 Leute verbleibend! Das heißt, wir sind wieder im Finale! Diese Finale-Runden gehen so schnell! Alter! Das ist ein schnelles, knackiges Spiel! Als nächstes kommt wieder dieses Finale! Ich hoffe, wir können's gewinnen! Wahrscheinlich ist es schlauer, wenn wir erstmal eine Plattform weiter runter gehen! Und gar nicht zu weit am Rand sind! Weil... Guckt euch mal an, wie viele Leute hier sind! Okay, wisst ihr was? Wir machen das so! Wir zerstören diese Plattform hier! Und gehen eine runter! Und hoffen, dass die Leute einfach hier durch die hier durchfallen! Ey, was willst du eigentlich, du Nervensäge? Wieso nervt der mich so? Oh nein! Das war nicht gut! Alles cool, alles cool, alles cool! Wir wurden abgefangen! Oh Gott! Oh, hier sind viele Doppelte! Einfach chillen! Einfach chillen! Und die Leute runterfallen lassen! Hier ist sogar ein Dreifacher! Wie krass das... Oh nein! Natürlich fallen die alle hier hin! Das ist nicht gut! Oh, ich hab ein Problem! Ich hab ein sehr, sehr großes Problem! Oder? Komm schon! Alles cool! Es ist nur noch ein anderer mit mir! Aber der hat so viel Fläche! Was macht dieses Honig? Ich kann nicht springen da drauf! Nein! Ich konnte da drauf nicht springen! Und der stirbt sogar jetzt noch! Alter! Schon wieder Zweiter geworden! Ist das ätzend! Aber Leute! Das war eine nice Runde! Wir haben auf jeden Fall sehr viel geholt! Und ich würde gerne noch mal ganz kurz nach ein paar Skins drehen! Wie mach ich denn das? Einfach hier rein und maximal... Kann ich gar nicht! Fünfmal! Und wir gucken was rauskommt! Komm schon, bitte! Irgendwas cooles! Irgendwas cooles! Der ist cool! Der Skin war cool! Ah! Ich find tatsächlich die Legendären, die ich gesehen habe, bisher gar nicht so nice! Der Löwe, den gibt's auch in Episch und in Legendär? Wo ist denn der Unterschied? Machen die die Skins einfach nach Lust und Laune legendär? Den Taucher find ich zum Beispiel cooler als das Skelett! Ja, der ist auch cool! Da kann man nix sagen! Okay! Duplikat! 15 Dings da! Achso! Ich kann auch Skins doppelt bekommen! Und dann stattdessen bekomme ich diese Coins! Interessant! Okay, Leute! Aber, Leute! Ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge! Falls ihr mehr von StumbleGuys sehen wollt, dann schreibt H-Stumble in die Kommentare! Lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Video da! Mir hat das Spiel super viel Spaß gemacht! Also wir werden es auf jeden Fall noch öfter spielen! Wenn ihr wollt! Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder! Bis dahin! Bye-bye! J-Pitمنє! J-Pitur Perfect! So I told them imma flicker!